Musik Mein Name ist Michael Ottavio und ich bin im Panzermuseum zuständig für die Cafeteria und die beiden Shops. Das heißt einmal der Shop hier vor Ort im Museum und der Online-Shop. Und gerade dem Online-Shop kommt jetzt natürlich zurzeit ein großes Augenmerk zu, weil wir geschlossen sind. Und Sie haben es vielleicht schon gesehen, dass unser Monopoly-Video, was sehr, sehr erfolgreich war und dafür vielen Dank. Und solche Sachen möchte ich halt ganz gerne öfter machen. Produktvideos zu neuen Artikeln, die wir einführen wollen. Wir wollen limitierte Artikel mehr pushen. Ich hätte ganz gerne, dass wir ein bisschen mehr Augenmerk auf das Logo und auf das Panzermuseum legen. Das heißt, wir werden viele neue Artikel finden, die exklusiv hier dann zu erwerben sind. Sei es jetzt Gesichtsmasken, sei es Thermobecher, sei es die Entwicklung von neuen T-Shirts. Aber wir sind auch schon in der Entwicklung für neue Bausätze. Und ein Spiel ist auch in Planung. Ich bin seit September 2020 hier im Panzermuseum. Ich bin also noch einer von den Neuen. Und von der Ausbildung her habe ich die letzten 25 Jahre in der Lebensmittelindustrie gearbeitet. Und dort maßgeblich in den Bereichen Planung, sei es Produktionsplanung, Herstellung von Lebensmitteln, aber auch Personalplanung. Ich habe eine ganze Zeit lang im Marketing gearbeitet und mich dann noch weiter gebildet mit einer Ausbildung zum Qualitätsmanager. Eine spannende Aufgabe für mich ist, die gesamte Struktur des Online-Shops neu aufzusetzen. Ich möchte gerne den Online-Shop etwas größer gestalten, etwas spannender machen, etwas attraktiver machen. Ich möchte neue Produkte aufnehmen, die sehr viel exklusiver sind als das, was bisher dort war. Ich möchte, wie ich schon gesagt habe, unser Logo pushen mit neuen Artikeln, die eine ganz klare Verbindung zum Panzermuseum haben. Also sprich auch Stücke in den Vordergrund stellen, die Sie bei uns hier in der Ausstellung finden. Und das macht mir gerade schon sehr, sehr viel Spaß. Dafür nutzen wir auch gerade die Auszeit der Museumsschließung und haben schon damit angefangen. Und da kommt noch einiges auf uns zu. Unerwartet war für mich natürlich, wie für viele, der Lockdown. Und in so einer Zeit neu anzufangen, ist nicht ganz einfach. Man stellt eine Entscheidung dann auch plötzlich gleich in Frage. Doch da wurde einem sofort die Angst genommen. Hier ist ein ganz tolles Team vor Ort. Es sind ganz viele Leute auch im Hintergrund, die Sie vor der Kamera nicht sehen werden, die einen tollen Job machen, die Sie auch dabei unterstützen bei neuen Ideen. Die Leute haben alle Lust, was zu verändern und was Neues zu wagen. Und das finde ich ganz großartig. Meine Ausbildung hat es Ihnen schon verraten. Ich bin kein Fachmann, was Panzer angeht. Das ganze Thema ist für mich brandneu. Und ich werde mich in den nächsten Monaten ganz ausführlich durch die Ausstellung begeben und mir alle Panzer angucken und einfach lernen, lernen, lernen. Ich stehe vor dem Merkava. Das ist ein Panzer, den ich gerade sehr spannend finde. Ein Panzer, bei dem erstmals mehr Augenmerk darauf gelegt wurde, dass die Besatzung auch nach einem Angriff noch eine höhere Überlebenschance hat, oft noch entkommen kann. Wenn ein Standardpanzer um die 50 Prozent Sicherheit bietet, dann war der Merkava mit 75 schon eine große Veränderung, was das angeht. Das Modell, was wir hier sehen, ist momentan fahrunfähig, aber es wird in einem Team von Hobbykommandanten, die daran arbeiten, mit Kollegen aus Israel tatsächlich daran gewerkelt, diesen Panzer zum Laufen zu bringen. Und das wird bestimmt auch für mich ein spannender Tag. Wie gesagt, Lieblingsobjekt. Schauen wir mal in ein paar Jahren.